In der Regel werden Verbrechen leise und diskret begangen, um die Gräueltaten vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Einigen Mördern scheint das jedoch egal zu sein. In der heutigen Geschichte geht es um einen wirklich aufsehenerregenden Fall, der in der ganzen Stadt für ein großes Aufsehen gesorgt hat. Kimberly Domenbanger wurde am 25. September des Jahres 1963 in der kleinen Stadt Bloomington, Illinois, USA geboren. Cam lebte in einer großen Familie mit drei weiteren Geschwistern. Später verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den Eltern und schließlich zerbrach die Familie. Die Mutter wurde mit den Kindern alleingelassen. Cam war von Natur aus ein schönes, sportliches und sehr aktives Mädchen. In der Schule wurde sie Cheerleaderin und war sehr beliebt. Sie nahm regelmäßig an Cheerleader-Cams teil und war sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern sehr beliebt. Sie hatte keine Probleme mit Freunden und Bekannten. Cam erwies sich als sehr kontaktfreudig. Aufgrund ihrer Schönheit wollte das Mädchen Schauspielerin werden. Leider handelt diese Geschichte nicht von den beruflichen Erfolgen der jungen Schönheit, aber auch in diesem Bereich konnte sie einen kleinen Erfolg verbuchen. So gehörte Cam zur Besetzung des berühmten Films Grandview. Die Arbeiten daran fanden 83 in der Stadt Pantheok, Illinois statt. Cam beschloss, ihr Glück zu versuchen und alles klappte. Später war dies einer der schönsten Momente im Leben von Cam. In der gleichen Zeit wurde Camberlys Mutter Besitzerin einer Bar. Sie hatte schon lange davon geträumt, ein eigenes Geschäft zu eröffnen und kaufte mit dem Erbe ihrer Großmutter eine Einrichtung. Die Tochter bekam einen Job bei ihrer Mutter. Sie dachte, dass sie Teil des Familienunternehmens werden könnte, aber leider waren diese Hoffnungen vergebens. Cam und ihre Mutter waren sich nicht einig und so war sie gezwungen, das Haus zu verlassen. Einige Zeit danach, im Jahr 85, lernte Cam einen jungen Mann namens Todd Wenger kennen und sie begannen sich zu treffen. Die Beziehung schien von Beginn an perfekt. Die Frau fand einen liebevollen und freundlichen jungen Mann. Bald wurde Cam schwanger und brachte eine Tochter zur Welt, die den Namen Kelsey erhielt. Dann heiratete das Paar. Nach der Hochzeit veränderte sich der Ehemann und wurde immer grausamer. Vor dem Hintergrund der Geburt des Kindes gerieten sie in finanzielle Schwierigkeiten und die Situation verschlimmerte sich. Cam kam mit der Betreuung des Kindes und mit der Hausarbeit zurecht, aber das Geld reichte nicht aus. Deshalb wollte sie eine Teilzeitbeschäftigung annehmen, aber es gab Probleme damit und sie konnte keine richtige Arbeit finden. Die Situation im Elternhaus spitzte sich zu und allmählich kam Kimberly zu dem Schluss, dass Todd von ihr getrennt werden sollte. Die schöne Cam blieb nicht ohne männliche Aufmerksamkeit. Unmittelbar nach der Scheidung begann sie, sich mit einem anderen Mann zu treffen. Es handelte sich um Dale Fosdick, aber diese Beziehung funktionierte nicht. Der neue Liebhaber gab zu, dass er beschloss, sich von der jungen Frau zu trennen, sobald er erfuhr, dass sie ein Kind von ihm erwartete. Dale war nicht bereit für Kinder und beschloss einfach zu verschwinden. Cam hat die Nachricht schwer getroffen, denn sie war sich sicher, dass sie mit ihm eine Familie gründen wollte. Ihre Freunde sagten, dass Cam sich nach Ende ihrer Beziehung dennoch zu Dale hingezogen fühlte. Sie war besorgt wegen der beiden Beziehungen, die nicht funktionierten. Vor diesem Hintergrund erwog Kimberly ernsthaft, die Schwangerschaft abzubrechen. Nach kurzer Überlegung entschied sie sich jedoch, das Baby zu behalten. So wurde Cam's zweites Kind geboren, ein Sohn, der den Namen Logan erhielt. Trotz der Trennung von Dale meldete sich der leibliche Vater später und erklärte sich bereit, für seinen Sohn zu sorgen und von seinem Gehalt einen kleinen Unterhalt zu zahlen. Aber selbst bei diesem Plan konnte sie sich nicht auf ihn verlassen. Dale verzögerte oft die Zahlungen, sie waren unbeständig und es reichte eindeutig nicht aus, um in Frieden zu leben und Kinder großzuziehen. Deshalb musste die junge Mutter arbeiten, während ihre Freunde sich um die Kinder kümmerten. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Cam als Friseurin. Außerdem fand sie ein zusätzliches Einkommen, in dem sie als Kindermädchen und Putzfrau arbeitete. Dies stabilisierte die junge Familie ein wenig, aber sie lebte immer noch von Lebensmittelmarken und war ziemlich arm. Cam hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, sodass die Familie sie nicht unterstützte. Als ihr Sohn noch sehr klein war, lernte Cam einen aufstrebenden Pastor namens Kurt Simon kennen. Wie der Mann zugab, waren beide sehr arm und kamen kaum über die Runden. Dennoch entwickelte das Paar starke Gefühle, war glücklich und unterstützte sich gegenseitig trotz der schwierigen Lebensphase. Die beiden waren entschlossen, Stabilität zu erreichen und alle Probleme zu bewältigen. Kurt war so verliebt in seine Partnerin, dass er plante, ihre Kinder zu adoptieren. Logan fing sogar an, ihn Daddy zu nennen. Sie schienen das perfekte Paar zu sein. Sie waren lebenslustige junge Menschen, die nichts von der Bedrohung ahnten, die ihnen drohte. Gegen 22.30 Uhr an einem Samstagabend des 22. Mai 1993 kehrten die beiden von einem kleinen Ausflug nach Hause zurück. Sie waren nach Iowa gereist, wo Kurt's Eltern lebten, damit seine Familie Cam kennenlernen und ihren Segen für die Hochzeit geben konnte. Dies geschah auch in Verbindung mit dem Besuch des theologischen Seminars an der Universität. Das Paar nutzte die Gelegenheit und beschloss, nur einen Tag vor der Rückkehr nach Illinois eine Verlobungsfeier zu veranstalten, Freunde und Familie zu versammeln, um mit ihnen diesen besonderen Tag zu verbringen. Die Beziehung zwischen den beiden jungen Liebenden wuchs schnell. Sie schienen das perfekte Paar zu sein und so reagierten enge Freunde und Freundinnen begeistert auf diese Entscheidung. Ein so wichtiges Ereignis erhellte diese Reise. Cam und Kurt kamen gut gelaunt zurück und waren bereit, das Wochenende gemeinsam zu verbringen. Am nächsten Tag plante das Paar, ein Konzert von Camberleys Tochter Kelsey zu besuchen. Das Mädchen besuchte eine Musikschule und schien ein echtes junges Talent zu sein. Ihre Eltern unterstützten sie in jeder Hinsicht und wollten unbedingt an der Veranstaltung teilnehmen und das Mädchen anschließend unterstützen, indem sie die ganze Familie in einer Pizzeria versammelten. Die Verliebten fuhren mit dem Familienauto in die Einfahrt des Hauses. Zuerst stieg Kurt aus und brachte einen Teil seines Gepäcks ins Haus. Als er ausstieg, um den Rest zu holen, stand Cam bereits draußen und wollte gerade eintreten. Sie lächelte ihren zukünftigen Ehemann an und sagte, dass es hier ein wenig wärmer sei als in Iowa. Das war der letzte Satz, den sie sagte, bevor sie die Eingangstür des Hauses öffnete. Die junge Frau trat ein, gefolgt von einer gewaltigen Explosion, die Kurt mit einer Druckwelle zurückschleuderte. Die Explosion war so stark, dass sie alle Nachbarn aufweckte und mehrere Fenster in den umliegenden Häusern zersprengte. Kurt war fassungslos, rannte aber trotzdem sofort hinter Cam her und machte sich auf die Suche nach seiner Geliebten. Er rief sie beim Namen, aber die Braut antwortete nicht. Der junge Mann rannte ins Innere des zerstörten Hauses und fand Camberley ohne Lebenszeichen auf dem Boden liegend. Die rechte Seite ihres Schädels fehlte. Sie war durch die Explosion oder ein Schrapnell weggesprengt worden. Wie auch immer, es gab keine Möglichkeit, der jungen Mutter zu helfen. Kurt stand unter Schock. Er konnte nicht glauben, was passiert war. Nur einem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass die Kinder nicht bei ihnen waren. Sie waren für die Dauer der Reise bei Cam's Familie geblieben. Der Verlobte des Opfers wählte sofort den Notruf und blieb bei ihr, bis die Polizeibeamten eintrafen. Die Polizeibeamten trafen schnell auf den Notruf ein. Am Tatort fanden sie Kurt in Tränen aufgelöst vor. Er kniete inmitten der Ruinen des Hauses und hielt den Kopf seiner Geliebten in seinen Armen. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes erst 29 Jahre alt. Das Ereignis schockierte die gesamte Gemeinde, denn es schien seltsam und untypisch für solch friedliche Orte zu sein. Die Menschen hatten Angst, dass auch ihre Häuser mit Sprengfallen versehen waren und explodieren könnten, und baten die Polizei um Schutz. Glücklicherweise wurde nichts dergleichen gefunden, und die Einwohner konnten ihr Leben in Ruhe weiterleben. Sprengstoffexperten waren vor Ort. Sie fanden schnell heraus, dass sich im Flur des Hauses der Familie ein Beutel mit Sprengstoff befand, der durch einen Knopf aktiviert wurde. Der Knopf war verklemmt und wurde nur ausgelöst, wenn der Gegenstand gestört wurde. Cam betrat das Haus und bemerkte sofort den ungewohnten Gegenstand. Aus Neugierde beschloss sie, nachzusehen, worum es sich bei dem Paket handelte, und es explodierte in ihren Händen auf Gesichtshöhe. Cam war auf der Stelle tot. Bei der Untersuchung des Tatorts fanden die Gerichtsmediziner zahlreiche Komponenten für den Bombenbau. Sie fanden Drähte und Zünder im Keller, Verpackungen von Batterien und weggeworfene Gummihandschuhe in einem Mülleimer. Da die Explosion in Kurzbeisein stattgefunden hatte, der junge Mann aber nur leichte Verletzungen erlitten hatte, hielt die Polizei ihn zunächst für den Hauptverdächtigen. Vor den Augen der Nachbarn wurden dem schockierten und trauernden Mann Handschellen angelegt, seine Rechte verlesen, und er wurde zum Verhör auf die Wache gebracht. Dort wurde er mehrere Stunden lang festgehalten. Kurt arbeitete sofort mit den Ermittlern zusammen. Er gab alle verlangten Auskünfte, einschließlich Fingerabdrücke und DNA-Material, und schilderte ausführlich die Ereignisse, die zu dem tragischen Vorfall geführt hatten. Einige Stunden später wurde Kurt freigelassen. Er hegte keinen Groll gegen die Polizeibeamten, die einfach nur ihre Arbeit gemacht hatten. Die aktive Beteiligung an den Ermittlungen gab ihm Hoffnung, dass der Täter bald gefunden werden würde. Da der zukünftige Ehemann nicht an dem Vorfall beteiligt war, wurden die Werkzeuge und Teile zum Bau der Bombe vom Täter ins Haus gebracht. Die Haustür und die Fenster waren nicht aufgebrochen worden, zumindest ließ der Zustand der nach der Explosion vorgefundenen Bauteile darauf schließen. Alles war durch die Druckwelle zerstört worden, aber der Einbrecher war ohne Vandalismus in das Haus eingedrungen, sodass er sich Zugang verschaffen konnte. Daher waren sich die Polizeibeamten sicher, dass es sich um einen gezielten Vergeltungsakt gegen Cam handelte. Offensichtlich beschloss der Eindringling einen Sprengsatz am Tatort zusammenzubauen, wahrscheinlich um zu verhindern, dass er beim Transport versehentlich explodiert. Es handelte sich um eine starke Ladung, die das Haus vollständig zerstört und die gesamte Familie getötet hätte. Der Täter dachte, dass er damit alle Fliegen mit einer Klappe schlagen würde, sein Ziel loswerden und alle Beweise vernichten, die ihn mit dem Vorfall in Verbindung bringen könnten. Zum Glück für die Polizei detonierte die Sprengladung nicht vollständig, sodass die Zerstörung schwächer ausfiel, als der Täter erwartet hatte und einige Beweise gesichert werden konnten. Dadurch konnten die Ermittler weitere wertvolle Informationen erhalten. Nachdem der erste Hauptverdächtige ein Alibi geliefert hatte und als möglicher Mörder ausgeschlossen wurde, fragten sich die Ermittler natürlich, wer Cam und ihre Familie so sehr tot sehen wollte, dass er sie in einer gewaltigen Explosion ohne jede Überlebenschance vernichtete. Kurt erzählte den Ermittlern von Cam's Mutter namens Cricket Lewis. Zu dieser Zeit war sie bereits mit einem anderen Mann verheiratet und hatte ihren Nachnamen geändert. Kurt hielt sie für die wahre Verkörperung des Bösen. Sie sei die einzige Person im Umfeld der Verstorbenen gewesen, die zu einer solch schrecklichen Tat fähig gewesen sei, so der junge Mann. Kimberly und Cricket hatten ein sehr schlechtes Verhältnis zueinander. Diese Aussagen waren später der Grund für den großen Hass, den die Frau empfand. Sie fühlte sich unverschämt verleumdet. Laut Kurt war die Mutter der Braut die Besitzerin ihrer Bar und nur darauf konzentriert alles andere im Leben interessierte sie nicht. Außerdem war sie ein sehr gewalttätiger Mensch. Die Frau zeigte unerklärliche Wut ohne ersichtlichen Grund, scheinbar gegen alle Menschen. Ihre Beziehung zum Opfer war angespannt und mehreren Personen aus dem Umfeld des Opfers zufolge hatte Cricket Cam die ganze Zeit über benutzt. Mutter und Tochter hatten in der Tat eine sehr komplizierte Beziehung und sahen sich nur ein oder zweimal im Jahr. Für Cricket ging es nur um Geld und Macht. Sie sorgte dafür, dass ihre Tochter in ihrer Bar arbeitete, was sie auf ziemlich dubiose Weise verdiente. Die Frau erhielt ein Erbe von ihrer Großmutter, die plötzlich starb. Trotz ihres Alters waren die Ärzte der Meinung, dass sie gesund war, doch sie verstarb unter recht merkwürdigen Umständen. Cricket erhielt daraufhin eine Erbschaft, die sie für den Kauf ihrer Bar verwendete. Der Vorfall wurde auch untersucht, aber es wurden keine Beweise gefunden, die die verdächtige Frau mit der toten alten Dame in Verbindung brachten. Es wurde schließlich als Alters- und Gesundheitsproblem abgetan. Nachdem Cam einen Job in der Bar angenommen hatte, begann Cricket sie auszubeuten. Sie bezahlte sie ständig unter, bestrafte sie sogar unter fadenscheinigen Gründen, um ihr einen Teil ihres Gehalts oder ihres Bonus zu entziehen, ebenso wie bei anderen Angestellten. Cam gab ihr Bestes und versuchte den Job zu behalten, in der Hoffnung, ihre finanziellen Probleme mit der Unterstützung eines Familienmitglieds zu lösen, aber stattdessen bekam sie nur Probleme. Schließlich erkannte Cam, was vor sich ging, warf ihre Illusionen über Bord und verließ die Bar. Der Verdacht erhärtete sich bereits während der Beerdigung der Verstorbenen. Die Anwesenden, die die junge Frau aufrichtig liebten und um sie trauerten, bemerkten, dass Cricket sich mehr Sorgen um den Verlust der Versicherungspolice machte, wodurch sie keine finanzielle Entschädigung für den Tod ihrer Tochter erhalten konnte. Bei den Ermittlungen konnten die Polizeibeamten jedoch nie Beweise für die Gewalttätigkeit und die böswillige Absicht der Frau finden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Mutter des Opfers einem Steuerbetrug aufgesessen war. Sie hatte zu wenig Steuern gezahlt und keine Steuererklärung abgegeben, sodass ihr die Gewerbeerlaubnis entzogen wurde. Die Ermittler überprüften sorgfältig die Angaben und Augenzeugenberichte. Natürlich hatte die Mutter möglicherweise leichten Zugang zum Wohnsitz ihrer Tochter, aber es schien kein Motiv für Repressalien zu geben. Schließlich kam man zu dem Schluss, dass Cricket einfach nicht die Fähigkeiten oder technischen Mittel besaß, um eine Bombe selbst zu bauen. Außerdem hatte sie ein solides Alibi, das sich bei der Überprüfung als wahr erwies. Die Ermittlungen waren wieder am Anfang. Der nächste Verdächtige war der Ex-Ehemann namens Todd. Nach Angaben des Verlobten hatten er und Cam eine Meinungsverschiedenheit über das Sorgerecht für Kelsey. Er war die richtige Person, um das Verbrechen zu organisieren und auszuführen. Er wohnte in der Nähe, nur drei Kilometer vom Haus des Paares entfernt, und arbeitete als Ingenieur in einer Firma. Dies deutet darauf hin, dass Todd durchaus über die notwendigen Fähigkeiten und die technische Ausrüstung für den Bau eines Sprengsatzes verfügte. Bei der Untersuchung der Umstände von Cam's und Tod's Beziehung kam die Polizei jedoch zu dem Schluss, dass die beiden normal miteinander kommunizierten und kleinere Meinungsverschiedenheiten mit einem einfachen Dialog beigelegt wurden. Der Mann hatte einfach kein Motiv, Cam zu töten. Außerdem hatte er ein stichhaltiges Alibi, was auch bestätigt wurde. Der nächste Verdächtige war Cam's Kollege Phil Hartman, gegen den sie zuvor eine Anzeige Polizei eingereicht hatte. Cam beschuldigte ihn der Belästigung, woraufhin der Kollege sich aggressiv verhielt und ihr sogar drohte, dass er sich rächen werde. Der Mann gab zu, dass er versucht hatte, eine Beziehung mit der Schönheit einzugehen, aber sie empfand ihn als voreingenommen. Der Kollege war gezwungen, das Vorhaben aufzugeben. Er hatte auch ein bestätigtes Alibi, da er in den letzten Monaten weit weg von Bloomington gelebt hatte und zum Zeitpunkt der Rückkehr des Paares nicht in der Stadt war. Der letzte auf der Liste der Verdächtigen war Logans Vater, Dale Fosdick. Der 31-jährige Mann lebte im Osten der Stadt in einem kleinen Haus in der Nähe von Cam's Haus und arbeitete für Caterpillar. Der Verdächtige war Flugzeugmodellbauer und baute maßstabsgetreue Arbeitsmodelle. Dale war geschickt im Umgang mit Maschinen, er konnte sogar einen Automotor umbauen und passte gut in die Rolle des Täters. Die Ermittler gingen mit einem Durchsuchungsbefehl zu Dales Haus. Dale widersprach nicht und erlaubte ihnen, das Haus zu durchsuchen. Wie sich herausstellte, hatte Dale spezielles Werkzeug für den Zusammenbau des Geräts zusammen mit Cam's Todesanzeige auf den Küchentisch gelegt, was äußerst verdächtig aussah. Die Ermittler fanden außerdem einen sehr großen Vorrat an Bauteilen, die zur Herstellung verschiedener Sprengkörper verwendet werden konnten. Bei ihm wurden mehrere Werkzeuge beschlagnahmt, von denen die Drahtschneider am interessantesten waren, sodass sie sofort zur Untersuchung geschickt wurden. Es stellte sich heraus, dass die Abdrücke dieses Werkzeugs denen auf den in Cam's Haus gefundenen Bombenbauteilen sehr ähnlich waren. Außerdem wurde festgestellt, dass Dale Quittungen von dem Walmart-Laden hatte, in dem er Munition und andere Materialien gekauft hatte. Die Ermittler stellten fest, dass diese Materialien den für den Bau des Sprengkörpers verwendeten Materialien sehr ähnlich waren. Nach der Analyse der Sprengstoffreste stellten die Forensiker fest, dass es sich dabei um die Komponenten handelte, die zur Herstellung des Sprengkörpers verwendet wurden. Die Polizei hatte von Anfang an nur sehr wenige Beweise. Die meisten Beweise wurden durch die Explosion zerstört. Um den Mörder zu entlarven, musste das Forensikteam alle gefundenen Beweise unter dem Mikroskop untersuchen. Schließlich wurden hochentwickelte Techniken wie Gaschromatographie und Massenspektrometrie eingesetzt, um direkte Beweise zu erhalten. Einem der Experten, die mit den Bombenfragmenten arbeiteten, fiel sofort das besondere Design des Sprengkörpers auf. In einer der Endkappen waren zwei Löcher gebohrt, was als eindeutige Handschrift des Täters angesehen werden konnte. In der Datenbank der Strafverfolgungsbehörden gab es etwa 20.000 Einträge über selbstgebaute Bomben, die auf die eine oder andere Weise für Morde und andere Verbrechen verwendet wurden. Darunter befanden sich nur wenige derartige Konstruktionen. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Mörder spezielle Literatur oder Kenntnisse nutzte, die nicht allgemein verfügbar sind, sowie ein hohes Maß an technischem Wissen und Können und eine lange Vorbereitung, denn der Angreifer baute nicht einfach die erste Konstruktion, auf die er stieß, sondern analysierte mehrere Varianten und wählte die beste für seine Aufgaben. Forensische Experten untersuchten Schritt für Schritt die verbleibenden Fragmente des Geräts. Sie fanden Spuren von Werkzeugen. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Polizei bereits, dass die meisten Personen auf der verdächtigen Liste nicht in das Massaker verwickelt waren, und alle Anstrengungen konzentrierten sich darauf, die Schuld von Dale Fostick zu beweisen, in dessen Haus die verdächtigen Gegenstände gefunden wurden. Sie waren in einer Werkstatt im Keller gelagert. Der junge Mann war alleinstehend und lebte in seinem kleinen Haus am Rande von Bloomington. Als er feststellte, dass seine Ex-Freundin mit einem anderen Mann verlobt war, könnte er Eifersucht empfunden haben und wollte sich rächen. Damit war er eine der wenigen Personen im Umfeld des Opfers, die ein echtes Motiv für die Tat hatten. Neben dem Design entdeckte das Forensikteam noch weitere Merkmale. Insbesondere verwendete der Täter zwei verschiedene Arten von Schießpulver, die in Kombination eine größere Wirkung hatten. Wie sich herausstellte, hätte die Mischung auch deutlich weniger gefährlich sein können, aber es waren diese beiden Arten von Schießpulver, die die Kraft der Explosion verstärkten. Die Wirkung war so verheerend, dass ein Großteil von Kems Haus zerstört wurde. Diese Besonderheit konnte einem gewöhnlichen Laien natürlich nicht bekannt sein, was ebenfalls für die Beteiligung einer ausgebildeten Person an dem Mord spricht. Einer der umstrittenen Punkte des Falles waren die vielen Zeugenaussagen zur Verteidigung des Angeklagten. Viele Bekannte in seinem Umfeld glaubten wirklich, dass ein so sanftmütiger und ruhiger Mann wie Dale so etwas nicht getan haben konnte. In der Regel kommen gute Menschen nicht auf solche Ideen. Die Polizei suchte nach Hinweisen auf eine Neigung zu Gewalt oder Aggression in Dales Leben. Vor diesem blutigen Vorfall war er in keine gewalttätigen Vorfälle verwickelt. Er war nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten, er war nicht wegen solcher Vorwürfe verhaftet worden und er litt nicht an Abhängigkeiten. Dutzenden von Personen zufolge hat Dale in letzter Zeit sogar Interesse an seinem Kind gezeigt und versucht eine Beziehung zu Cam aufzubauen. Aufgrund der Komponenten im Haus wurde Dale jedoch zum Hauptverdächtigen in diesem Verbrechen. Er wurde wegen Mordes ersten Grades verhaftet und bis zu einer Anhörung im Staatsgefängnis untergebracht. Die erste Verhandlung wurde wegen unzureichender Beweise vertagt, während der Anhörung weigerte sich ein Geschworener am Verfahren teilzunehmen und ein anderer Geschworener erkrankte, sodass er dem Gremium nicht weiter angehören konnte. Aus diesem Grund wurde eine zweite Anhörungsrunde angesetzt. Die Verteidigung stellte Dale in jeder erdenklichen Weise als hingebungsvollen Vater dar, einen gütigen und bescheidenen Mann, der zu einem grausamen und hinterhältigen Verbrechen nicht fähig ist. Seine Rolle als fürsorglicher und liebevoller Vater wurde von der Verteidigung genutzt, um die Geschworenen von der Unschuld des Angeklagten zu überzeugen. Laut Dale war er, als er von der Schwangerschaft seiner Freundin erfuhr, zunächst gegen das Baby und die Vaterschaft, weil er zu jung war. Als Cam die Entscheidung traf, den Jungen zu behalten, wandte er sich von ihr ab. Später erkannte er jedoch seinen Fehler und änderte seine Einstellung vollständig. Daher war er bereit, die Vaterschaft zu akzeptieren. So beschloss der Mann, die Beziehung zu seinem Sohn und Cam wiederherzustellen und hoffte sogar, sie zu heiraten. Dale behauptete, dass es in seinem Fall keinen Sinn mache, die Frau, die er liebe und mit der er eine Familie gründen wolle, zu töten. Sogar die Mutter des Massakeropfers Cricket war auf Dales Seite. Sie war nach wie vor davon überzeugt, dass Cam's Verlobter Mörder war. Die Frau behauptete, der angehende Pastor Kurt sei in letzter Zeit gewalttätig geworden und versuche, seine Geliebte in allem zu kontrollieren. Dies führte zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten. Jeder sah jedoch sofort die Ungereimtheiten in ihrer Geschichte, denn Cam kommunizierte praktisch nicht mit ihrer Mutter und konnte nichts über die Situation in ihrer Beziehung wissen. Cricket rechtfertigte den Angeklagten auf jede erdenkliche Weise. Sie betonte, dass Dale in letzter Zeit Anzeichen von Aufmerksamkeit für sie gezeigt und versucht habe, Cam's Vertrauen zu gewinnen. Er begann sie häufig zu besuchen, um Zeit mit dem Kind zu verbringen. Dale habe sich sehr zum Positiven verändert. Cam wiederholt seine Liebe gestanden, sich für seine frühere Entscheidung entschuldigt und versucht, ihre Gunst zu gewinnen. Obwohl die junge Mutter unnachgiebig war und eine Beziehung mit ihrem neuen Freund hatte, wollte sie sich nicht von ihm trennen. Im Gegenteil. Das Paar hatte Pläne zu heiraten und bestätigte dies durch ihre Verlobung. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass Cam's Entscheidung, das Baby zu behalten, tödlich hätte enden können. Sobald Dale herausfand, dass es keine Möglichkeit gab, die Beziehung zu retten, beschloss er, sich zu rächen. Kurt, den er besonders hasste, war wahrscheinlich das Ziel. Das erklärte die Macht der Bombe, der Täter handelte mit Sicherheit. Es war also ein Wunder, dass der angehende Pastor überlebt hatte. Cricket hingegen beharrte darauf, dass Kurt die Explosion nur aus einem einzigen Grund überleben konnte. Er hatte den Sprengstoff selbst hergestellt, um Cam zu töten, und hatte es zum Zeitpunkt der Explosion nicht eilig, sich dem Haus zu nähern. Eine Rekonstruktion der Ereignisse ergab jedoch, dass er nach seiner Ankunft als erster das Haus betrat und dann zurückging, um seine Sachen zu holen, bevor Cam das Haus betrat. Sie nahm das Paket an sich und löste die Explosion aus. Tatsächlich war Kurt dem Tod am nächsten, wusste es aber nicht und entkam wie durch ein Wunder. Eine der Schwestern des Opfers unterstützte Dale ebenfalls. Bei der Verhandlung erschien sie zusammen mit ihrer Mutter und vertrat den Standpunkt der Frau, dass der Angeklagte unschuldig sei. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch eine ebenso überzeugende Argumentation. Sprengstoffexperten konnten direkte Beweise dafür finden, dass der Sprengsatz von Dale zusammengebaut wurde, der über ein relativ hohes technisches Wissen und die entsprechenden Werkzeuge verfügte. Darüber hinaus fanden sie in seinem Haus eine große Anzahl von Ersatzteilen und Materialien, die zur Herstellung ähnlicher Vorrichtungen verwendet werden konnten. Es konnte nachgewiesen werden, dass sie für den Zusammenbau der Bombe verwendet wurden, die das Leben einer jungen Mutter kostete. Es wurde bekannt, dass sich Cam's Beziehung zu Dale deutlich verschlechtert hatte, nachdem sie einen neuen jungen Mann kennengelernt hatte. Als die junge Frau anfing mit Kurt auszugehen, zeigte der Ex seinen Unmut. Von diesem Moment an begann er sich aktiv in ihr Privatleben einzumischen und versuchte ihr näher zu kommen. Liebesgeständnisse und Versuche, die Ex-Freundin zurückzugewinnen begannen, für Dale war sie jedoch nicht mehr bereit, die Beziehung wiederherzustellen. Dies rief den Zorn des Angeklagten hervor, der von seinen Arbeitskollegen zum Ausdruck gebracht wurde. Gleich mehreren Männern zufolge begann Dale kurz vor dem Massaker immer häufiger zu sagen, dass er Cam nicht finanziell unterstützen werde. Gleichzeitig zögerte er nicht, sich zu äußern und versuchte eindeutig, den Namen des Opfers zu diffamieren. Dale war bereit, seinen Job zu kündigen, anstatt Unterhalt zu zahlen. Cam wiederum wollte von dem fahrlässigen biologischen Vater des Jungen den ihr zustehenden Unterhalt in Form von Kindesunterhalt erhalten und wollte auf dem Rechtsweg Gerechtigkeit erlangen. Während dieser Zeit begann Dale, sich Sorgen zu machen, dass Cam ihm seinen Sohn wegnehmen würde und sie zu ihrem Verlobten ziehen würden, um dann nach Iowa zu ziehen. Um dies zu verhindern, zog Kurt in ein Haus in der Nähe von Cam. Einige Kollegen meinten, dass er sich wie besessen von ihr verhielt. Mehrere Kollegen von Dale erzählten von seiner Absicht, das Sorgerecht für Logan zu erhalten. Dies war notwendig, um die Zahlung von Unterhalt zu vermeiden. Zu diesem Zweck sammelte er Beweise, um Cam auf jede erdenkliche Weise zu verleumden. Der Vater des Kindes glaubte, auf diese Weise der Mutter die elterlichen Rechte entziehen und seinen Sohn an sich reißen zu können. Nachbarn sagten aus, sie hätten Dale vor der Explosion vor Cam's Haus gesehen. Das Opfer bewahrte einen Ersatzschlüssel unter der Fußmatte auf, sodass Dale jede Gelegenheit hatte, ungehindert in ihr Haus zu gelangen. Viele beschrieben Dale als einen sanftmütigen, bescheidenen, ja sogar ängstlichen Mann, der zu einem brutalen Mord einfach nicht fähig war. Er war in der Tat nicht konfrontativ und viele sprachen äußerst positiv über ihn. Trotzdem war die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass der Charakter des Mörders für die Wahl seiner Methode zur Beseitigung des Opfers ausschlaggebend war. Er wollte Cam einfach nicht eigenhändig töten und benutzte daher einen Sprengsatz, um einen Überraschungsschlag zu landen. Am 26. Februar 1996 befanden die Geschworenen Dale Fostic des Mordes ersten Grades für schuldig. Die Mutter der ermordeten Frau sagte nach der Urteilsverkündung, sie sei mit dem Urteil nicht einverstanden und Dale könne sich jederzeit an sie wenden, wenn er Hilfe brauche. Die Frau hielt mit Tränen in den Augen seine Hand, küsste ihn auf die Wange und hielt ihn für ein Opfer eines Justizirrtums. Übrigens hatte er 25 Unterstützer, die vor Gericht aktiv versuchten, die Unschuld des Mannes zu verteidigen. Nur einer der Geschworenen stimmte gegen die Todesstrafe, und das reichte aus, um die Todesstrafe zu vermeiden. Daher erhielt der Mörder eine 55-jährige Haftstrafe. Cricket Lewis, die Mutter des Verstorbenen, setzte sich weiterhin für die Unschuld von Dale Fostic ein. Im Mai 1996 schrieb sie einen Brief an die lokalen Medien, indem sie bestätigte, dass sie Dales Anwälte finanziell unterstützt hatte. Außerdem stellte sie fest, dass ihre Haltung in der Öffentlichkeit große Empörung hervorgerufen hatte. Sie sei wegen ihrer Unterstützung für den Verurteilten wiederholt kritisiert worden. Die Frau ärgerte sich auch darüber, dass der Verlobte ihrer Tochter sie in Interviews mit Reportern als die Verkörperung des Bösen bezeichnete. Cricket behauptete, sie trauere jeden Tag um ihre Tochter und sei sich bewusst, dass der wahre Mörder noch immer frei herumlaufe. Tatsächlich glaubten viele, dass es Cricket nicht darum ging, Dale zu schützen, sondern darum eine bessere Chance auf das Sorgerecht für Logan zu haben, wenn Dale auf freiem Fuß blieb. Sie wollte die Möglichkeit haben, das Kind zu sehen. Cricket starb im Alter von 65 Jahren am 19. Dezember des Jahres 2003. Unverheirateter Schwiegersohn, Kurt Simon, trat die Nachfolge an und wurde Pfarrer der ersten presbyterianischen Kirche von Vandalia, Illinois. Er hat eine Ehefrau und aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, aber er hatte nach dem Tod seiner Geliebten nie das Sorgerecht für deren Kinder. Auch die Kinder von Cam Wenger waren erfolgreich und machten gute Karrieren. Unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter zog Kelsey zu ihrem Vater, Todd Wenger. Später wurde sie Supervisorin bei der Heilsarmee und arbeitete in obdachlosen Unterkünften. Ihr Vater Todd starb im Alter von 52 Jahren am 27. November des Jahres 2003. Logan wurde von Beverly und Sylvester Voss D. den Eltern des biologischen Vaters aufgezogen. Dale wurde inhaftiert und starb im Alter von 48 Jahren eines natürlichen Todes. Dies geschah im Jahr 2010. Dem Bericht des Gerichtsmediziners zufolge starb er an einer plötzlichen Krankheit. Logan schloss sein Studium ab, trat in das Bloomington Police Department ein, gründete eine Familie und hat ein Kind. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.